Hallo Leute, heute stellen wir euch mal von ProLogic das Last Meter Programm vor, für Karpfenangler, die kennen das vielleicht, aber das sind Kleinteile mit denen man super Karpfenricks bauen kann, wie zum Beispiel so Schottrick oder Sickrick oder was immer es da auch gibt, gibt es ja ganz viele und in diesem Programm gibt es ganz tolle viele kleine Produkte, zum Beispiel Bufferbeats, da sind dann Anti-Tangle-Tubes, Helikopter oder Chop-Buffer für Helikopter-Ricks oder sowas, das sind alles Teile, die haben also so eine kleine, die haben so eine Tarnfarbe, sieht also wirklich echt gut aus und wie sie Ricks gebaut werden, das kann man ganz schön sehen in Adam Pennings Ricks Tutorial, da gibt es ein paar Tipps, wie die aufgebaut sind, welche Produkte man genau für welche Ricks braucht und so weiter und so fort und damit ihr euch das mal anschauen können, haben wir gedacht, zusammen mit ProLogic, wir verlosen so ein paar Sachen, sprich wir verlosen ein paar von diesen aus dem Last Meter Programm mit ein paar Kappen, mit ein paar Mützen und dazu müsst ihr nur folgendes machen, ihr müsst die Produkte ein wenig kommentieren auf YouTube, könnt ihr unten drunter machen und wir schreiben dann die Leute, die was gewonnen haben, schreiben wir dann an. Macht alle mit, sind ein paar tolle Sachen dabei, könnt ihr bestimmt gut gebrauchen und wenn ihr auf Karpfen geht, ich sag nur Title 1. Tschüss!